Über dieses Video der Freiwilligen Feuerwehr Bösel in Niedersachsen lachen immer mehr. Denn ein stinknormaler Feuerwehrmann nimmt in dem Clip eine junge Influencerin ordentlich auf die Schippe und macht mit seiner Parodie gleich noch ordentlich Werbung für die Freiwillige Feuerwehr Bösel. Die blonde junge Frau präsentiert in ihrem Video ein Luxusauto von Bentley, hebt immer wieder betont lasziv Details des Luxusautos hervor. Das Ganze wirkt etwas absurd, sodass der Bentley-Blondinen-Clip schon einige Parodien provoziert hat. Wie auch jetzt die des ganz normalen Brandbekämpfers aus Niedersachsen mit seinem klobigen Feuerwehrauto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017